Hallihallo und Herzlich Willkommen zurück zum Let's Play von Champions of Rechnung. Wir sind nun Level 17 und... Ja, es geht richtig schnell, also ich habe zwei Part... ähm... In einem Part habe ich zwei Level gemacht. Ist richtig nett. Jo, jetzt müssen wir Org-Knechte töten. Wir haben ja... Wir wurden ja angegriffen von einem Wolf, so einem. Und ja, mussten fliehen, aber wir haben dann gleich noch zwei Quests angenommen. Schön. Also wir müssen Torquil, der Torquil ist da hinten wahrscheinlich. Ja. Müssen wir dorthin gehen. Und dann wieder zurück zum Mond zu knühe. Nach dem Mond zu knühe. Ja. Jojo. Also. Haben wir die Knechte bald. Diese blöden Knechte. Du machst jetzt weniger Schaden, ich würde dich two hitten. Ach, deswegen... Die Gegner erfahren nicht, dass wir Achievements bekommen haben. Also ich habe noch Nianz bekommen vom Gegner. Das ist gut. Ja. Sollte eigentlich schon sein, aber... Kann man mal die Gegner loben. Oh, ich habe 500.000 Gegner besiegt. Jetzt bin ich... Der Oberpro... PvP-Killer... Oder RvR... Spielerkiller. Aber das sind diese G-Infilmen jetzt mit. Spielerkillen gibt es, glaube ich, gar nicht. Ja. Da. Äh... RvR. Ja. Nein, Spielerkillen gibt es nicht. Ja. Ja, ist ja auch ein bisschen langweilig. Und vor allem ein bisschen negativ zu den Gegnern. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr so verbessern würdet in Champions League. Einfach eure Prioritäten, vielleicht in der Top 5 Liste oder so, einfach ein bisschen erzählen, was ihr gern besser haben wollt. Also ich denke, meine Top 5 ist zum Beispiel... Ähm... Ja, ich möchte es vor allem schneller machen. Ich möchte es unterschiedlicher machen. Drei Gebäude bevor Innovation ist zu wenig. Ähm... Auch mehr Reich, also mehr Gebiete dafür nehmen. Äh... Ist vielleicht nicht so gut. Man könnte es irgendwie breiter machen zum Beispiel. Die Gebiete breiter machen. Dann wäre es besser. Und das Zweites würde ich... Äh, das Drittes ist es jetzt, glaube ich... Ähm... Würde ich gerne... Einfach das Action-Rollenspiel und das Survival reinbringen. Als Viertes würde ich die Stunts nerven und die Buffs buffen. Und ähm... Als Fünftes würde ich alles ein bisschen vergrössern von der Charakter-Entwicklung. Dann hätte ich sogar noch ein Sechstes die Item noch verbessern. Also... Ähm... 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 Wo man dann aber auch sieht... Oh, da ist ein Gegner mit Legendary. Da muss ich vorsichtig sein. Bisschen mehr Effekte noch reinbringen, so. Ähm... Flammen... Äh... Irgendwas Flammiges. Ein... Um den Kopf irgendwie so ein... Ein... äh... Wie sagt man dem? Das heißt es gerade nicht... Ah, ah ja... Kopfband. Mit Flammen. Ein... Oder einfach nur... Ein Art Kopfband, das um den Helm ist. Also so. Man trägt ja auch die Helme. Wenn ich zum Beispiel träge, trage die Helme jetzt beim... Schönen Rotschopf nicht. Ich finde es gut. Ich finde es schön. Wenn ich jetzt eine Geschichte machen würde, ich würde die Dragone auch... Rot- oder Schwarzköpf, also haarig machen. Braunhaarig. Auch blondhaarig, aber... Dass es wirklich manche Leute auch rothaarig sind, weil... Rothaarig wird eigentlich immer wieder... Negativ... Äh... behandelt, also sie werden beleidigt und so. Es gibt viele, ich kenne viele rothaarige... Es gibt extrem viele. Aber... Sie haben immer die Haare gefärbt. Wegen... Wegen solchen Sachen. Da werden sie dumm von geredet. Was habe ich zum Beispiel? Ich bin ganz normal... Ja, ich werde manchmal auch gefragt, was ich für eine Haarfarbe habe. Weil ich habe eine Titanfarbene Haarfarbe. Die ist extremst selten. Die ist seltener als zum Beispiel... Ähm... Ja, irgendwie... Keine Ahnung. Welche Haarfarben sind selten? Graue Haarfarben sind selten. Ich glaube, grauhaarige Haare gibt es irgendwie nicht. Weil... Man bekommt ja weise Haare über. Aber durch die dunklen Haare sieht es immer grau aus. Könnte schon sein, dass es graue Haare gibt. Aber davon habe ich mich noch nie... Auseinandergesetzt. Ich weiss noch nicht... Was jetzt genau stimmt. Es gibt ja immer solche Mythen, die überhaupt nicht stimmen. Von früher noch und so so. Tja... Ich glaube, ich habe den Part davor ein bisschen zu... Schnell abgehackt. Aber... Ich musste aufs Klo. Jetzt habe ich erst sieben Minuten und drehte schon so lange... Boah... Das geht nicht. Ich muss mir diese ab ausziehen. Gut. Ah, da sind sie. Das geht nicht. Handschuhe. Ja, so. Ich muss sie nicht vergessen, dann wieder anzumachen. Sonst sehe ich dann später noch aus. Wie ein Nocter. Level 60. So, mega ähm... Schlechte Rüssion. Oh, schon drei verstärkt. 60. Ich habe irgendwo Geschicklichkeit drauf. Da ist verfasst drauf. Da ist Geschicklichkeit drauf. Und wo ist Stärke drauf? Oder wird das anders auch versteckt? Irgendwo habe ich Stärke drauf. Aber wo? Keine Ahnung. Wie das irgendwie steckt durch das... Durch den Barbaren. Eissius ist momentan am aktivsten. Ja. Es ist auch schon früher aktiver gewesen. Prima. Ähm, was werde ich noch schauen? Der Angriff ist relativ niedrig. Der Schaden ist höher. Zauberresistanz. Hm. Aber wie sind wir prozentuell? Das macht ja manchmal Ritter extrem zäh. Ich hoffe, die reichen nicht viel. Also... Es wird ja dann wirklich knackig. Ja. Ja. Der ist AFK. Der ist die ganze Zeit dort. Oder der sucht jetzt gerade Quests. Manchmal muss man 1000 Jahre erwarten, bis man die Quest hat. Dann nehme ich die auch nicht an. So. Also. Jetzt mal alles nacheinander. Hast du neue? Habe ich ein Level gehabt? Scheinbar nicht. Ich kann einfach nicht hochleveln. Oh. Da. Sieben Zähne ins Wasser getunkt. Oh. Sie waren sich voll erbluten. Man musste es waschen. Ja. Da haben wir. Also jetzt müssen wir noch schauen. Vorne und rechts. Gehen wir kurz rechts. Ja, glaube ich. Dort habe ich auch noch eine Quest. Die ist jetzt gerade wahrscheinlich verdeckt. Ich weiß es nicht mehr. Ja. Oder das ist einfach eine Nachfolge gewesen. Ich hatte sie nicht mehr. Auf jeden Fall muss ich nur ein bisschen Erfahrung haben. Dann bin ich Level 18. Dann kann ich wieder ein bisschen skillen. Richtig skillen. Skillig skillen. Geht die Zeit langsam vorbei. Wir sind eigentlich nur am herumlaufen. Das Kämpfen geht natürlich alles schnell. Mist. Diese Quest, die muss ich dann noch annehmen. Die hat einen Ring. Ich brauche die Ringe. Jetzt. Da haben wir auch einen Ring. Handgefertigter Ring. Wird nicht mal beschrieben, was es ist. Handgefertigt. Das könnte das sein. Quests. Das ist auch Handgefertigter Ring. Ach komm, wir nehmen die Quests mal an, sonst vergessen wir sie später. Mit Ofen. Wo ist der Ofen? Da hinten. Ja. Langsam weiß ich, wo der Ofen immer ist. Es gibt nur einen Ofen im ganzen Spiel. Oder drei Ofen im gesamten Spiel. Wegen den Gebieten. So, dann haben wir hier eine Quest. Die geben wir gleich mal ab. Und gehen hinten durch. Oder so. Okay, weiter führt sie. Boah, mein Bart, der ist so richtig nervig gerade. Ich habe einen Bart, der ist wahrscheinlich zwei Monate alt. Ah nein, einen Monat alt. Nicht mal einen Monat alt, aber... Der ist sowas von ungeschnitten. Aber ich sehe so cool aus. Ich liebe es, wenn ich Bart trage. Weil ich sehe normal aus. Es gibt Leute, die sehen mega hässlich aus. Wenn sie Bart tragen. Aber ich sehe mega cool aus. Ich sehe einfach so aus, als würde ich ein Krieger sein. So richtig. Ein böser Mensch sein. Wo ich ja nicht sein will. Aber... Meine Schwester bringt manchmal ein paar kleine Kinder nach Hause, die sie... ähm... Sie ist einfach Gott sozusagen. Ich weiß nicht, ob ihr es habt. Aber einfach Kinder hütet von anderen Leuten. Eine grössere Form von Babysitting. Aber die sind ja schon älter. Also eine ist älter, die andere ist jung. Sehr jung. Auf jeden Fall, ähm... Haben die eben komplette Angst von mir. Die wissen noch nicht, dass ich ein netter Mensch bin. Weißt du... Ich reg mich manchmal ein bisschen auf vor ihr. Sollte ich vielleicht nicht so... Und dann... Mach ich manchmal richtig... Mein Vater macht eben auch... Und dann plötzlich... Hauen sie ab. Was macht die? Inga Tante Club. Hat nichts dabei. Ist aber unmöglich. Ah... Scheinbar ist sie... Gerade ein bisschen gewählt, einfach so nackig herumzulaufen. Und alle... Menschen... Alle Männer hier... Anzulocken. Aber ich habe dieses... Sexuelle Zeugs gar nicht mehr. Sie kann mit mir... Nicht... Weg gehen. Sie kann mich nicht ins Verdeben locken. Diese böse Frau. Sie heißt ja schon Tom the Clamp. Also. Voll viele Quests jetzt. Lucian müssen wir jetzt töten. Zweimal. Ja, können wir gleich die zwei töten. Hoffentlich droppt es auch. Aha... Das ist ein junger Lucian noch. Noch mehr Fett. Aua. Aua. Ah ja. Gaskeit haben wir noch nicht. Aber das können wir dann später. Toll. Weißt du, haben wir kein Lucian. Frechheit. Wo sind sie, wenn man sie braucht? Hä? Sonst manchmal sind es Tausende. Wo müssen wir in der Reichsquest hin? Ah, schon wieder dort hinten. Das ist wirklich das abgelegtes Dorf. Abgelegt ist der Dorf. Die Syrten haben da mega Vorteil. Die Syrten haben, glaube ich, die wenigsten Laufwege. Die haben immer direkte Laufwege. Kann schon sein, dass sie längere Laufwege haben. Aber vor allem nicht so komplizierte Laufwege. Da sind die alles natürlich extremen Nachteile. Ja, dann finden wir halt keine. Gut. Gehen wir halt wieder aufs Pferd und suchen weiter. Hey, was ist jetzt los? Der Ding ist gekommen und dann wieder weg, oder wie? Ich habe ihn doch gesehen, dass ich aufgesattelt war. Super. Weißt du, hast du so eine Scheißquest, dass die Elysions getötet wurden von anderen Spielern. Und... Du wirst dich schon richtig... ...gelangweilt. Und dann kommen eben die Spieler und killen alles. Tja, wir haben keine Elysions. So habe ich da so... Das ist wahrscheinlich ein Monitor. Ich habe so Linien. Keine Ahnung, was das für Linien sind. Cheso el Barbaro. Das ist der, der gestern Abend auch im Livestream die ganze Zeit bei mir war. Wir haben Werwölfe. Töten wir sie. Ja, wir müssen nach oben. Da gibt es nämlich gar keinen. Klauen wir mal den Kristall ein bisschen. Hm. Also, was müssen wir noch machen? Da unten müssen wir ja auch noch hin. Machen wir doch gleich mal. Also müssen wir da unten hin? Für was? Wald des Eisigen Wildes. Also wir gehen dann gleich oben durch. Nach Gokstadt. Tja, ja, ja. Ähm. Noch ein bisschen Rebe. Und jetzt? Junge Leibeig. Natürlich. Ah, wir sind ja Barbaro. Trag mal den Hammer ein bisschen besser. Sieht aus, als würde ich einen 2-Meter-Hammer haben. Los, hopf vorwärts. Ja, mach mal Damage, gell. Hoppla. Nein, nicht ausweichen. Freches Tier. Was soll ich dich nennen? Goblinuit. Mensch. Humanoid. Weißt du, man kann das an einem Zug machen. Den Schützen hätte ich das niemals geschafft in diesem Leben. An einem Zug einfach alles tot klicken. Ja, ja. Kämpfen wir gegen einen Monster eher mit Angstgeschwindigkeit her. Weil die so langsam sind, die Skis. Wir brauchen einfach an... äh... Aussprechgeschwindigkeit. Es wirkt ja gegen alle Skis. Hab ich gelesen. Nein, nicht so gelesen, aber... von einem Spieler gehört. Also gelesen im Chat. Hm. Hallo. Das muss ich jetzt hier mal? Junge Leibe eignet werden. Und mir fehlt. Ach komm. Den zuerst nehmen, hä? Also, mal kurz ausruhen, hä? Hier, hier. Schlaf du ein bisschen, hä? Sieht schön irgendwie so aus, aber die Beine können wir nicht wegmachen. Ach doch. So sieht doch um schön schön aus. Nur den Brustpanzertal. Ist eigentlich relativ schön. Ah, ohne Rüstung alles zu haben. Die Kleidung ist relativ schön, aber sehr verschwommen. Ich werde mal alles ausblenden. Kann man den Hammer auch ausblenden? Ich will ihn auch ausblenden. Das sieht so peinlich aus. Tja. Hier hast du ein fettes... ...Hallmöschchen. ...Hallmöschchen. Der muss wahrscheinlich auch Reibenergene töten, hä? Riese. Mach Schaden, genau. Toll, Pitzwing. Da haben wir ja recht viele, hä? Aber keine Items brinde ich mehr. Oh, der Scherkel. Ich hab ne fette Curler, yeah! Hab schon fast vergessen, dass ich ne Curler bekommen habe. Ich bin der fette Baba. Ja, Zwerg ist ja auch fett. Aber die kann man so gar nicht mehr so richtig verändern. Die müssen zu fett sein, das ist gut. Nicht allzu fett bei... ...Erdringe sind sie mir zu fett. Wie lange tust du auch so? Hallo? Du bist voll live. Full live! Mach mal Fake Damage. Nur so wenig. Nochmal Riese, komm. Riese. Die Riegel Riese. Rikoros Riese. Los! Knall! 1! Rein! So! Zwei noch. Ist da ein Herr dran? Ja. Noch einen! Wir schaffen's! Klopp ihn tot! Bäm! Oh, das ist jetzt ein Scherkel. Sehr schön! Dankeschön! So! Jetzt gehen wir... Ja, hinten durch. Schon ein Kzah! Der ist auch die ganze Zeit unten. So richtig fette Megasuchtis. Gehen wir unten durch. Nicht so haben wir eine Perle. Haben wir die von einem Goblin bekommen? Nö, von einem Leibeigner. Ich hab ne Perle. Ich bin so schnucklack. Vielleicht eine weibliche. Oder ein männlicher Roboter. Wenn anderen Zollweibchen eine Perle schenken. So richtig... wooooohhhh! Süüüss! Die Kleinen Tröllchen! Ich kenne genug Trolle... Menschliche Trolle... Did ustedes... ...da sind auch noch große Tröllchen. Oh, da sieht man wieder die Insel. Also das ist das Anfängergebiet der Syrten. Das erkenne ich an den drei Bergen. Das ist die Insel, die da im Meer ist. Was ist das eigentlich? Das ist eine Event-Insel, glaube ich, oder so. Die sieht mega schön aus und die wird nicht benutzt. Hey, es wurden ja mal Maps angekündigt. Sind die jetzt drin, endlich? So, PvP-Maps. Ganz viele wurden angekündigt. Oh, das sind das Kristalle, glaube ich, ja. Das ist Violett. Ja, das ist das Anfängergebiet für den. Ich wette, die Entwickler würden sagen, nein, es ist alles super ausbalanciert. Aber die haben, oh, fünf. Prima. Aber die haben schon Vorteile. Ich wusste, also ich bin extrem gerne dort. Habe ich die Reiss-Queste extrem gerne gemacht. Auch mit Level 33. Noch sehr gerne gemacht. Ich war da, glaube ich, nicht so ein guter Boba beim Syrten. Let's play. Das war die dritte Season. Ich glaube, die erste Season war ja auch, ja, die erste Season war auch Syrten. Die zweite war Eisen, die dritte war nochmal Syrten nehmen. Ähm, dann kam die vierte, war Egen und jetzt kommt hier wieder Eisen. Also, jetzt muss ich also wieder die Egen nehmen dann, im nächsten. Okay, werde ich aber nicht nehmen. Ahaha. Weil ich will diese Season unendlich lange machen. Vor allem, bis ich sehr gut equipped bin und nichts mehr zu holen habe. Bis mich alle kennen und mich immer favorisiert töten wahrscheinlich. Es wird davon ablaufen, also, ich werde wahrscheinlich das größte Opfer sein, bald. Wird nicht mehr lange gehen. Ich habe, ah nein, ich habe die Magneten, die ich schon gesammelt habe, schon reingetan in die Truhe. Ich habe die in den, äh, Gemeinschaftstruhe, glaube ich. Also, sie hat Truhe. Es ist ja keine Truhe. Die können keine Truhe darstellen, die man öffnen kann. Oh, schlimm. Ich habe lieber eine Truhe gehabt. Ein Endchest. So, prima sind wir da. Also, nehme ich die Quests, also, tue ich die Quests abgeben und dann ist der Part leider auch wieder zu Ende. Wir haben schon 29er. Es wird wieder länger zum Hochhaken brauchen, aber ist gut. War ein schöner Part. War halt wie meistens ein bisschen unkonstelliert am Anfang, aber es hat sich dann wieder schön gelegt. Und man kann sich nicht immer so wünschen, wie man gerne konzentriert ist, ja. So, tschüss. Tschüss.